Ähm, Chef? Ich glaube, ganz Europa hat sich gegen uns verschworen. Wie kommen Sie denn darauf? Am 25. Mai kommt die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung. Da machen wir nicht mit. Müssen wir aber. Bei Nicht-Einhaltung kann es Geldbußen bis zu 20 Millionen Euro oder 4% des kompletten Jahresumsatzes hageln. Das ist kein Spaß. Nein, bei Geld hört der Spaß auf. Und weiter? Mit der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung wurde das Datenschutzrecht jetzt für alle EU-Staaten erstmals vereinheitlicht. Und was bedeutet das jetzt konkret für uns? Naja, jeder bekommt das Recht, sich genau darüber zu informieren, wie Unternehmen mit seinen personenbezogenen Daten umgehen und was sie damit genau wo, wie und warum machen. Das ist ja ein Riesenstress. Dafür müssen wir ja alles lückenlos dokumentieren. Das können wir ja so gar nicht. Genau. Deshalb müssen wir reagieren. Außerdem erhält jeder Kunde das Recht, dass all seine Daten sofort unwiederbringlich vernichtet werden, sobald deren Speicherung nicht mehr unbedingt erforderlich ist oder der Kunde wünscht, dass sie gelöscht werden. Dann sind wir am Ende nur noch damit beschäftigt, Akten zu vernichten. Dafür haben wir doch gar keine Zeit. Und woher soll ich wissen, wie das mit dem Datenschutz alles funktioniert? Ich kenne da jemanden. Und zwar den Wolfanger Umwelt Service. Das ist ein Familienunternehmen und hat in dem Bereich über 45 Jahre Erfahrung. Die können uns da ganz bestimmt weiterhelfen. Der Wolfanger Umwelt Service bietet ein umfangreiches Dienstleistungsangebot, mit dem wir sicherstellen können, dass wir die neuen Richtlinien genau einhalten. Außerdem haben die sich auf das Vernichten von Akten und Datenträgern spezialisiert. Und das Beste, Wolfanger garantiert die höchste Sicherheit. Da kann nichts schiefgehen, da die alle Entsorgungsschritte kontrollieren und dokumentieren. Okay, das hört sich nach einer guten Lösung an. Da können Sie sich sicher sein. Wolfanger Umwelt Service. Mit uns halten Sie die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung problemlos ein. Wir beraten Sie kompetent zu allen rechtlichen und technischen Fragen und begleiten gerne den gesamten Datenkreislauf Ihres Unternehmens. Von der ersten Beratung bis zur Entsorgung. Bei uns basiert die sachgerechte Vernichtung von vertraulichen Dokumenten auf einem komplexen, geschlossenen Sicherheitssystem in acht Schritten. Das gesammelte Datenmaterial wird von unserem vereidigten Mitarbeiter abgeholt, der Sicherheitsbehälter anschließend verschlossen, zum Fahrzeug gebracht und verladen. Alle Transportfahrzeuge haben einen festen und geschlossenen Aufbau. Nach Beendigung des Verladevorgangs wird die Übernahme des Datenmaterials von unserem Mitarbeiter protokolliert. Zur Überwachung der Transportwege setzen wir ein spezielles GPS-Ortungssystem ein, das den gesamten Fahrtweg bis zu unserem Firmengelände nahtlos aufzeichnet. Bei Bedarf kann der Transport jederzeit rekonstruiert werden. Vereidigte Mitarbeiter entladen das Datenmaterial in einer Sicherheitsschleuse unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Aktenvernichtung erfolgt in unserer Großschredderanlage mit einem Durchsatz von mehr als zwei Tonnen pro Stunde. Die Vernichtung harter Datenträger in einer speziellen Schredderanlage. Die Aufzeichnung des Vernichtungsvorgangs wird durch ein ausgeklügeltes EAN-Code-Verfahren gewährleistet. Nach vorheriger Vereinbarung können Sie den Vernichtungsvorgang auf einem Monitor live mitverfolgen. Zur Schonung von Ressourcen wird das geschredderte Material unter hohem Druck zu Industrieballen verpresst. Diese sind die Grundlage zur Neugewinnung von Recyclingprodukten. Wolfhanger vernichtet in Ihrem Auftrag. Mit Zertifikat und zu unschlagbaren Preisen. Und das Ganze auf der eigenen Anlage. Ohne Drittanbieter. Wolfhanger Umweltservice. Wir bringen Ihre Dokumente zum Schweigen. Vielen Dank. Vielen Dank.